Willkommen zu einer... Du bist afkar? Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play... Nein, nicht Minecraft... Let's Play League of Legends... Verdammt! Okay, wir sind diesmal bei... All Random Ormit, auf der Map Proving Grounds. Wir haben... Wir sind vier Leute hier, zwei sind bei uns im Team und zwei bei den Gegnern. Zwei ist kein... Ja, also zwei von uns vieren hier, bei uns und zwei bei den Gegnern. Ist die Pussy rüber gewechselt? Bei uns ist... Foul in Blood als Shavenna. Und ich spiele Leona. Und wir haben noch einen Weiger, einen Darius und eine Riven. Und die Gegner haben... Deloi als Xerath. Das ist Delo, du Flasche. Ja, ja, Axel hat uns umgeben. Und Florian als Nazus. Guten Tag. Und außerdem noch Sevilla, Rumble und LeBlanc. Ja, Axel hat... 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 Ja, Achaei... Ja, Axel hat... Genau mighterakan Days, ganze goat's euch machen... Ja, nicht mehr människor, von denen haben wir ja dann richtig Wartende... auch auf die Städte Prozent aber ich mag er hat er kann man gerne so wie das ist so ich habe dann nicht so gut ist es nicht man sieht wie geht ja schon wieder St was immer uns tun Dorans Ring für den Anfang und in der Tat ja wo achtschuldigung ein Essener die Lernerin hat sich in der Anpassung immer noch nicht gekauft schon 30 Sekunden in Gold dieses Bier alles klar und so dass sie hier ist Prozent oder ein eigenes Kampf das was noch ein er wird er stirbt das ist wieder so ein verlorenes Game alles klar erhältlich bei der Welt im Ausgabe das wird hochgeladen der Sender das hier wieder zu retarded sind ja nein funktioniert der Ratten mittlerweile wieder er die wurde mal irgendwie kaputt gemacht Und ja, hm. Oh, das ist so schlecht. Verdammtes Weh, ey. Die haben Jerry... Oh nein, die haben eh verloren. Oh nein, das ist so schlecht. Ich kann das nicht aussehen, Dario. Die Sonne aus dem Sonnen. Ja. Die Sonne immer wieder riecht. Ah, wir sind so gut. Ah ja, ich. Ich brauch dringend ein Tier. Ah, endlich. Ich hab den gar nicht gesehen. Cool, Rumble. Oh, Rumble ist das dumm, Alter. Rumble ist das scheiße, ne? Run! Arsch! Hase gesehen! Ja. Ja, so ein tolles KG ist das, Alter. Ja, Rhyven meinte sie jetzt gut aufholen. Sie ist schon drei Mal abgekratzt. Schöpfchen! Hase gesehen! Ja, ich bin's und habe dann auch neugierig. Ja, ich bin's und habe die Charakteristin gemacht. Ach, das ist ja. Das ist meine Charakteristin, aber... Ich habe meine Charakteristin gemacht. Ich bin's und ich bin's. Ich bin's. Er kann nicht gut. Das ist ja. Ich springe jetzt! Lass sie doch! Füllst sie doch! Komm mal dafür! Komm doch wer! Na, scheiße! Hast du gesehen, wie schwer es war, die Ulti zu treffen? Wir haben aber die Abflinkzeit schon verringert. Abflinkzeit? Echt? Ja, die, ne, die Zeit, äh, die Kartezeit, die es braucht, wenn die Karte wird. Auf 0,5 Sekunden. Kann sein. Ja, steht alle da drin. Und stößt noch einer dran, bitte! Boah, wie klar! Typisch! Was knuff! Scheiße! Ja, weil du bist ja nicht fast voll ein! Ja, weil du bist ja nicht fast voll ein! Lord, ich bin dafür springen! So krass, klares GG ist das gar nicht voll! Naja, ne noch nicht ganz! Ja! Wir harassen dich für mich! Kommt von der Sichtweite an! Äh, Sicht, äh, von der verdammt! Oh, Sichtweite! Ja, ha, ha, fail! Ja, ha, 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 ha! Nein! Scheiße! Fah gerade beim Lee zu Ende. Da. Hey! Ja, spring noch weiter weg, Alter! Ich bin 결 referend absolut vertextaktiv. Ich bin der Witte zu. Ja, ich bin der Witte zu. Nein, nein, nein. Ich habe mich nicht zu verletzt. Oh, ich sagte es, wir sind zu. Dieser Skill von Rumble war's. Ah, das ist ein Lola-Flop, du. Genau, hier gibt es einen Lola-Flop. Jetzt ist es ein Lola-Flop. Das ist das Lola-Flop. Das ist das Lola-Flop. Ever Vigilant. First Light Approaches. Why do I get the kills? I don't want kills. I'm Leona. Yeah, all the stuff. Stay at the back. I'm going to kill you. That was dumb. Why did you do that? That was really dumb. I don't know how to do this. I think he's a dog. I'm not going to kill you. I'm not going to kill you. I'm not going to kill you. Oh, I didn't kill you. I'm not going to kill you. I just don't have to kill you. Oh, all the damage they're doing. An ally has been slain The sun always rises Ken? Kind of like, get this Yeah An ally has been slain Yes, you man Yes I must not fall Sand and fight He has been slain No I will protect you I will protect you I will protect you I will protect you An ally has been slain I don't understand why he has been killed I will protect you I will protect you I will protect you An ally has been slain But it's true, it's very unusual If you have been slain If you have been slain You have been slain You have been slain Look at that You have been slain I will protect you Don't let anyone Look at that Why would you do it? This is what you do I can't wait I can't wait What the hell I have been slain You have been slain Well, I can't wait I can't wait Oh, er hat keinen getroffen! So, der Block ist auch so toll. Ich stehe die ganze 12-Afghan-Busch rum. Damit die ich nicht kriegen. Oh, ich habe die Mamm-Sleimung. Oh, ich habe die Mamm-Sleimung. Oh! Er rennt doch nur noch schneller, Alter. Habt ihr hier gelebt, hast du jetzt gerade eben. 220 bin ich, ja. Julti. Hail. Tupro. Waste. Oh nein, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich auch nicht. Die Tower ist angegriffen. Ich wollte, dass du da weggehst. Ich will, dass du das hochlebt, dass du da weggehst. Egal, ich bin. Ja, mache ich auch. Weil das ist nicht so, dass du da weggehst. Wee. Nicht mich. Stunt. Stunt again. Ja, aber leute, ich stunt sie. Und sie ist weiter drauf. Chosen of the sun. Ich werde dafür, dass die anderen uns diven. Mit so einem übelsten Slow und Fast. Oh ja, oder so. Ja, das war aber noch ein bisschen schwierig. Die range von meinem Coo ist viel zu klein. Die range von dem Coo ist viel zu klein. Die Sonne ist immer noch ein bisschen. Loll. 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 Lass uns hin durch. Ich finde, dass ich mir jetzt nichts zu schaden treiben kann. Ja, ein Dumm! Ich bleibe beim Facetime, ich bin ja nicht auf A.F. Oh, jetzt aber noch was, wenn du willst. Ja, schade. Arthur, renn nicht weg. Wir wollten doch gar nichts tun. Wie, nicht? Ich schon. Ah, da ist ja gar kein Tauer mehr. Scheiße. Ich hätte den einfach nehmen können. Ich hätte den Tauer an der Gegend jetzt werden. So, wenn man hier... Der glaub ich gerade ganz angebracht. Wie dumm die gerade waren, die ganze Zeit in meinem Teil drin stehen zu bleiben. Ich hatte zwar keinen Krieg gekriegt, aber darum sind beide verreckt. Naja, mit meinem Mobil, du hast das. Das tut kein Schaden. ja ja klar das ist dann das stand verlangt klar hat die das übrig schaden und damit stutt Nein, gleich alt ist eh in jedem Zahn, weil ich dann nicht mag, wenn ich dann immer noch nicht mit Stimmung habe. Und die sagt, sie wär gut. Was hast du, glaube ich, 2-7-17? Die hat voll, das ist die mit dem 2.100k Evo. 2.100k Evo, nein, geil. 3.1k Evo. Man muss ja nicht gut in jedem Schiff sein, aber zumindest in denen, wo man es drin hat. Ja, you see that. 1.000k Evo, das ist in der Welt. 1.100k Evo, das ist ein Doppel. Wie wird der Fall von der Welt aufnehmen? 1.100k Evo, das ist ein Doppel, das ist ein Doppel. Da frag ich mich auch. Komm, lauf da rein, bitte, lauf da. Ja, okay, dann ist das möglich. Mein Gott, das macht dann schon. Das macht 100 Lagen. Ah, da hat der Vega, hab ich nicht gesehen. Fuck. Ach, scheiße, mach ich hier. Vollenglatt, hol dir das Ding. Boah. Ich weiß nicht, was er auf der Hauptstraße spielt. Mitte auf der Kreuzung. So gut, wenn es ne Auto ist. Bleu. Und wenn ich mein Fenster aufmache, dann abmache. Oder... ... ... ... ... ... das ist schon scheiße dumm, wir rennt immer ran! Du, das her! Rennt! Ah, war ich denn noch lange nicht. Mach doch den Turm kaputt! Ich kann die doch extra schon Oh, zieh ich denn bitte hin, ey? Renn doch! Ach du Sturm! Alter, wo zieh ich denn hin? Ey, Alter! Diese hässchen freien Kameras sind so scheiße! Neu! Oh, das ist eine Ulti für den Klon verbraten! Ach wie geil! Die Doppelbattu drauf! Ah, schön! Wacka! Danke! Die Doppelbattu drauf! 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 Artur, komm her! Ich hab was für dich! Oh, shit! Oh, shit! Motherfucking Dragon! Ah! Hilfe, 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 Hilfe! Ja, lol! Entkannungstanz, bitte! Hält mir nicht! Ich bin nicht so riesig! Ich hab mir extra das Teil geholt, damit ich leben krieg, um Mana! Ich hab mein Sohn gesetzt! Welch? Welch? Ich kann die bitte stunnen! Steht drauf, wenn dann nehmen wir Pump, Stunt! Harte Bewegung aus, ne? Ich muss nicht fallen! Ich kann sie auf, ne? Ich kann sie sehen! Ich kann sie zu unterstützen! Hohe! Dannheue! Los geht's! Die Flüge kommt. Da links im Busch. Na, mach mit deinem Ulti. Das ist die Stunt-Teil-Ulti nur wenn... LOL! Wie, was? Oh, jetzt sind die Riven noch. Ich hab' ich nicht gesehen. wenn man auf der Verlöte nur wenn man in den primären Explosionsbereich ist ja und das ist los das ist los mhm Ever-Vigilant Ja, schau! Ooooooh! Oh! Dann mit der Kuh Ich liebe mein Stove. Ich liebe mein Stove. Ja. Ja. Ich habe noch mal viel reingehauen, aber er hat nicht geholfen. Nein! Ich habe nur noch einen. Der Dario ist so lange. Oh, Drucky. Oh. Nice. Leider Zweiker schon wieder da. Was macht denn der? Alter! No, 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 no. Oh, die Dulz. Alter, was ist das für ein Idiot? Ja. Das ist der Weg. Der geht einfach nur auf Tower. Ich habe doch den Weg. Was ist das? Der geht einfach nur auf Tower. Ich schaff doch nicht. Ich werde dich beschützen. Das ist doch gar nicht. Nein. Ah! Nein, nein. Oh! War das knapp? Das war knapp. War das? 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 Was? Schaden? Woah, get me alive, bitte! Fuck! Ach ne Geist, das ist nicht so. Hey, Elo-Player denn, ey, ich will die Hande, ey. Oh, 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 oh. Tja. Ey, 2,3.